Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Da scheiden sich die Geister. Eine Romanverfilmung, die in England, soweit ich weiß, ein Sky Original war, jetzt bei uns ins Kino kommt. Was er genau kann, dass er fadiert. Lass gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Elvira? Hallo? Du bist tot. Wir sind in England, Ende der 30er Jahre. Charles ist Schriftsteller und hat einige Romane schon geschrieben. Das Problem ist bloß, jetzt muss er aus einem seiner Romane ein Drehbuch schreiben, aber das funktioniert irgendwie so gar nicht. Er hat eine Schreibblockade und seine zweite Frau, Ruth, versucht es mit allen Möglichkeiten, ihn irgendwie in der Spur zu halten. Doch es klappt gar nicht. Dementsprechend ist es für ihn sehr, sehr schwierig und so beauftragt er dann eine Art, ja, Beschwörerin oder Hexe ist es nicht, aber eine ältere Frau, die eben so, ja, mentale Sachen macht und diese beschwört dann einen Geist herauf, nämlich den von seiner verstorbenen Frau, Elvira. Und die hat sich von nun an zur Aufgabe gemacht, ja, ihm es im Leben sehr, sehr schwer zu machen. Und so muss er sich auch irgendwie zwischen diesen beiden Frauen entscheiden, weil auf der einen Seite hat er Elvira, die zwar irgendwie immer mal wieder kleine physische Sachen in die Welt bringen kann, aber er sie eigentlich nur sieht. Also der Rest der Welt sieht sie eben nicht. Und Ruth, die eigentlich alles für ihren Mann tun möchte, aber, ja, er hat es schwer, sich dafür irgendwie zu entscheiden. Denn dementsprechend ist es so ein Hin und Her, das aber relativ unterhaltsam ist, mit 90 Minuten eigentlich relativ gut on point kommt und insgesamt eine sehr nette, unterhaltsame Geschichte bietet. Aber am Ende irgendwie geht man da so raus und denkt mir so, ja, ist halt eher so was Nettes. Also richtig herausragend hat die Geschichte nichts mit dabei, dass man sagt, boah, das ist ein Grund, warum ich ins Kino gehen sollte. Sie ist gut geschrieben, sie ist unterhaltsam, mehr aber auch nicht. Dementsprechend 3 von 5 Punkten. Schauspielerisch machen die Hauptdarsteller, wie zum Beispiel Dan Stevens, Alsa Fischer oder auch Leslie Mann einen guten Job. Die funktionieren gut zusammen, einige bekannte Gesichter dabei, natürlich auch Judi Dench, die aber eher seltsam ist und nicht so herauskommen kann. Aber insgesamt ist der Cast in Ordnung, 3 von 5 Punkten. Technisch ist der Film solide, er sieht gut aus, er ist hochwertig produziert, hat einige schöne Sets, macht aber wenig besonders, das ist in Ordnung, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, da scheinen sich die Geister, ist ein Film, der für mich eher Video on Demand bzw. im Streaming gehört. Weil der Film zwar nett zum Weggucken ist, aber jetzt nicht so klassisch ins Kino gehört, finde ich, weil er keine herausragende Komödie ist. Er möchte so eine Art Komödie sein, hat einige nette Elemente drin, ist aber seltsamerweise so was, so eine Mischung, die irgendwie nicht ins Kino perfekt passt von meinem Empfinden her. Dementsprechend eher was, wo ich sagen würde, das kann man sich zu Hause sehr gut weggucken. Sky Original ist hier wirklich ein sehr guter Weg gewesen, glaube ich, in England. Dementsprechend insgesamt ein Film, den ich zwar empfehlen kann mit 3 von 5 Punkten, man muss sich auf diese Thematik voll einlassen, dann funktioniert das ganz gut. Ist nur unterhaltsam, kurzweilig, hat auch ein relativ gutes Tempo, aber er würde auch gut zu Hause funktionieren. Dementsprechend insgesamt 12 von 20 Punkten ist in Ordnung, muss man sich nicht unbedingt anschauen. Das war es soweit mit deinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne auf dem Hochdach schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao! Bis zum nächsten Mal!